Die Weltleitmesse der Gesundheitswirtschaft findet erneut in Düsseldorf statt. Welche Entwicklungen gibt es auf dem Gesundheitsmarkt? Welche Möglichkeiten bieten neue Behandlungs- und Diagnosemethoden den Patienten, aber auch den Fakultäten sowie den anwendenden Ärzteschaften? Im Rahmen der KOMPAMED, der angeschlossenen Medizintechnikmesse, schließen sich einige Aussteller erneut gezielt auf die Möglichkeiten des Marktes ein. Die Kleinserie ist unser Spezialgebiet. Wir machen Spezialwerkzeuge, die dafür geeignet sind, alle thermoplastischen Werkstoffe, die auf dem Markt verfügbar sind, zu verarbeiten und hier eben sehr kostengünstig und schnell zu einem kunststofffunktionsfähigen Bauteil zu kommen. Wir können Firmen dabei unterstützen, ihren Benefit, den Benefit ihrer Produkte einfach auch in Zahlen darzustellen. Das heißt, statistisch signifikante Studien zu präsentieren, Daten zu präsentieren und damit nicht nur ihr Marketing, sondern auch ihre Präsenz im wissenschaftlichen Bereich einfach deutlich zu machen. Auf der KOMPAMED findet man eben auch diese hochpräzisen Erzeugnisse, gerade aus Japan. Hier sieht man ein Beispiel für die Verarbeitung von Cubes und Pipings. Das sind Röhren verschiedenster Art für die Halbleiterindustrie, aber eben auch die Medizintechnik. All das wird bei unseren Freunden von Saitama City Prefecture verarbeitet. Das ist die Präfektur nördlich von Tokio. Dort war erst die Delegation von GBM Systems zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass man das hier heute mal veranschaulicht bekommt. Ich vertrete hier Mediability mit auf der Medica. Mediability ist ein Anbieter von Simulationstechnologie für die medizinische Aus- und Weiterbildung. Insbesondere können wir das Marketing und das Training von Medizintechnikherstellern verbessern, kosteneffizienter gestalten und auch sicherer. Im Medizinbereich ist es ein Thema, wo wir sagen, da ist noch viel Potenzial und in diese Richtung möchten wir auch gehen. Und deswegen sind wir auf der Medica, um hier gerade im Kunststoffanwendungsbereich, der noch unbekannt ist, dieses System, dass es auch schnell gehen kann, einfach zu präsentieren und auch hier Kunden zu gewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017